Pssst, hört mal ganz genau hin. Hier wird sich schon fleißig warm gespielt. Um 12.30 Uhr geht's heute endlich los und noch wenige Augenblicke bis dahin. Morgen geht's dann weiter um 14.30 Uhr und am Freitag das große Finale der NCT-Hauskonzerte um 19.30 Uhr. Schaltet ein auf YouTube, Instagram oder Facebook. Und ihr könnt natürlich immer noch symbolisch Takte erwerben. Ein, zwei oder ganz viele. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.